Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, RohstoffTV für Sie. Heute mit dem Rohstoff-Talk wieder Florian Grummes, ist hier bei mir der Geschäftsführer der Meides Touch Consulting und ja, ich würde sagen, einer der renommiertesten technischen Analysten im Edelmetallbereich, die es hier in Deutschland so gibt. Und immer eine wahre Freude für mich, Florian, wenn du da bist. Herzlich willkommen. Wir hatten uns das letzte Mal unterhalten, glaube ich, vor gut vier Monaten, im Februar. Da hat Gold einen riesen Move gehabt auf 1260 hoch von 1140. Und alle haben schon gedacht, wow, jetzt geht's los. Heute, vier Monate später, sind wir 1285. Wie von dir prognostiziert seitwärts? Ja, also ich hatte dir damals gesagt, dass ich ein bisschen skeptisch bin, dass wir jetzt gleich durch die Decke steigen werden. Es ist einfach immer Zeit und Preis, die zusammenpassen müssen. Und das ging zu schnell im Februar. Und jetzt haben wir vier Monate praktisch eine Seitwärtskonsolidierung um die Marke von 1260, dem Februar, hoch gesehen. Es ging mal 50 Dollar drüber bis auf 13,3. Da haben wir das Hoch aus dem Januar 2015 knapp verpasst. Dann ging es runter bis auf 1200. Die scheint aber momentan wirklich eine stabile Unterstützungszone zu sein. Ja, und im Endeffekt ausbalanciert sich Gold im Moment eben um die 1260. Es ist aber noch nicht klar, dass wir jetzt, trotz der Stärke der letzten Tage und trotz der Panik, die offensichtlich wegen dem Brexit und Co. im Markt ist, jetzt schon direkt vor dem Durchbruch nach oben steht. Wenn du jetzt sagst Brexit und Co., da will ich gleich mal einsteigen. Du hast vorhin noch was erzählt gehabt in unserem Vorgespräch, dass die CoinInvest eine Meldung rausgebracht hätte, dass die englischen Shops quasi riesige Umsatzsprünge haben. Habe ich das richtig verstanden gehabt? Also durch den Brexit jetzt wird massiv Gold gekauft. Also das war meine Vermutung, die habe ich auch heute schon in meiner ProAuram-Analyse geschrieben gehabt, dass eben natürlich die Briten sich versuchen dagegen zu wappnen, sollte es zu dem Brexit kommen und eben vermehrt ins Gold gerade flüchten. Also die Umsätze sind offensichtlich bis zu 80% angestiegen in den letzten Wochen. Ich glaube auch, dass sie neben dem Gold in die Cryptocurrencies, also den Bitcoin vor allem gerade flüchten. Der verwirkst du, glaube ich, in deinem letzten Jahr auch immer mit. Genau, da bin ich auch ziemlich nah dran. Sehr spannendes Thema. Ja, der Brexit dürfte wahrscheinlich auch einfach gerade das vorherrschende Thema sein, dass eben insgesamt den Goldpreis jetzt so schnell wieder von der 1200-Marke innerhalb von 8, 9 Handelstagen bis auf 12,90 heute hochgetrieben hat. Wir wissen aber, dass die Saisonalität noch bis Juli eigentlich nicht so ganz günstig ist. Die Commitment of Trades, also die Terminmarktdaten sind nach wie vor ungünstig. Also die professionellen Händler sind nach wie vor klar short positioniert. Wir haben immer noch sehr viel Spekulation im Markt. Und ich bin noch nicht überzeugt davon, jetzt mal völlig unabhängig davon, was ich persönlich für richtig oder falsch halte, aber ob der Brexit da durchgehen wird. Also wenn der nämlich nicht zustande kommt, dann ist momentan sehr viel Angst im Markt, die dann sich ganz schnell auflösen wird. Was wären die Folgen? Die Folgen wird wahrscheinlich erstens sein, dass natürlich sich die Eurozone bestätigt fühlen wird. Also das heißt, der Euro wird mit Sicherheit deutlich anspringen. Die Angst wird aus dem Markt rausgehen, das heißt, der Goldpreis wird korrigieren. Und wir werden im Zweifelsfall... Also ich bin eigentlich der Meinung, dass wir nicht nochmal unter die 1200-Dollar-Marke fallen. Also das absolute Worst-Case-Szenario wäre eigentlich 11,80. Da ein bisschen drunter ist die 200-Tage-Linie, die ja auch jeden Tag steil weiter steigt. Insofern ist eigentlich die 1200er-Marke Zement. Und der GDX, der ja wirklich fulminant sich jetzt entwickelt hat die letzten Monate, kommt jetzt da zwischen 27 und 30 Dollar in eine wirklich starke Widerstandszone. Also ich denke, die allerwenigsten haben erwartet, dass der so explodieren wird. Und der hat sich ja mehr als verdoppelt. Ich glaube, fast 150 Prozent mittlerweile seit dem Tief Mitte Januar. Aber jetzt läuft der da in eine wirklich starke Widerstandszone rein. Also und wenn ich mir dann noch das Sentiment gerade so ein bisschen angucke, also ich habe heute gesehen, die Bild-Zeitung, er hat zwar nicht auf der Titelseite, aber zumindest in der Online-Ausgabe so mal wieder das Wort Gold erwähnt und auch empfohlen. Das ist eher ein ungünstiges Zeichen. Also ich bin momentan ein bisschen skeptisch, ob das jetzt schon so weit ist. Grundsätzlich muss man aber sagen, man muss natürlich dem Markt auch zuhören. Also wir können ja viel uns ausdenken und überlegen. Momentan, wenn man dem Markt zuhört, keine Frage, Gold ist stark. Gold ist in einem Aufwärtstrend. Wir haben ein kurzfristiges Ziel bei 12,90 erreicht. Da ist das obere Bollinger Band auf dem Tageschart. Aber wir sind überkauft. Also das heißt, ich sehe jetzt im Moment keinen Grund, hier in den Markt hinein zu jagen oder ihm hinterher zu rennen, sondern ich würde abwarten. Solange wir über 12,60 und vor allem über 12,30, 12,40 uns halten können in den nächsten zwei Wochen, geht die Aufwärtsbewegung wahrscheinlich weiter. Dann wäre 13,50 das nächste Ziel. Und übergeordnet, das habe ich auch das letzte Mal schon gesagt und da bin ich auch nach wie vor davon überzeugt, sind wir auf dem Weg Richtung 1500. Aber das ist natürlich keine Einbahnstraße, sondern geht es rauf und runter, hin und her und der Markt tut immer alles, um möglichst alle nicht dabei zu haben, wenn es dann wirklich durchstarrt. Oder auch die Technik einmal zu widerlegen. Ja, auch das natürlich. Ja, ja, klar, natürlich. Okay, als Fazit. Kurze knappe Antwort jeweils. Nehmen wir an, Brexit geht durch. Was erwartest du innerhalb der nächsten Wochen dann, sage ich mal? Am 23. sind es, glaube ich, die Abstimmungen, wenn ich es recht im Kopf habe. Brexit passiert nicht, alles bleibt in Anführungszeichen beim Alten. Was erwartest du dann bis, sage ich mal, jetzt zum Sommer, hoffen wir, dass der Sommeranfang noch kommt. Bisher war es ja nichts. Aber gehen wir mal davon aus, irgendwo die nächsten vier, sechs Wochen, was kannst du dir da vorstellen? Also wir haben ja wirklich eine krasse Ereignungsdichte die nächsten zwei Wochen. Es geht ja schon los mit morgen die FED. Dann haben wir auch noch die Entscheidung des Deutschen Verfassungsgerichtes bezüglich der Euro-Rettung. Dann wählen auch noch die Spanier und die Frankreich-EM. Da kann auch immer irgendwas passieren, was die Märkte möglicherweise kurzfristig tangiert. Geht der Brexit durch, dann gehe ich schon davon aus, dass wir erstmal massive Panik im Markt haben werden. Und dann müsste der Goldpreis auch explodieren. Und dann gehen wir wahrscheinlich ziemlich schnell auf 1350 nach oben. Vielleicht sogar höher. Dann würde auch der Euro natürlich weiter fallen. Also das wäre natürlich schon, könnte ein Sargnagel sein für die Euro-Zone insgesamt, wenn die Briten die EU verlassen. Das würde zunächst mal vor allem bedeuten, dass der Goldpreis in Euro vor allem auch deutlich steigt. Und der sieht auch technisch betrachtet eigentlich recht gut aus. Also wir haben diesen Anstieg bis auf 1165 Euro jetzt auskorrigiert, konsolidiert in einem Dreieck seit Anfang März. Und der klopft da schon oben an die Ausbruchszone dran. Also über 1165 Euro pro Feinunze sind wir ganz schnell bei 1225 oder 1250. Also das, glaube ich, wird jetzt mal eine der Hauptkonsequenzen sein. Der DAX dürfte natürlich auch ordentlich eins auf den Deckel bekommen, wenn der Brexit durchgeht. Also deutlich höher der neuen wahrscheinlich. Ja, also da gibt es auch ein Ziel, das eigentlich 8150 lautet beim DAX. Da würde ich mir auch ihn sogar wieder anschauen. Ja, ja, also da kann man ihn unbedingt kaufen, sogar unbedingt, wenn wir da nochmal runterkommen sollten. Ansonsten könnte ich mir vorstellen, wenn jetzt der Brexit nicht durchgeht, dann geht eben, wie vorhin schon gesagt, die Angst erstmal raus aus dem Markt. Das heißt, wir werden vermutlich eine Korrektur beim Gold bekommen. Wir werden einen stärkeren Euro sehen. Wir werden eine Erholung an den Aktienmärkten sehen. Und ich denke, wir werden dann auch mal einen Luftablassen bei den Kryptowährungen sehen. Also die sind ja steil angestiegen die letzten Wochen vor allem. Also gerade die Bitcoin-Geschichte meinen Sie jetzt? Genau. Ich glaube, die ist, was ist die, von 300 auf 700 Dollar oder so was, oder 800 Dollar? Genau, 700 Dollar waren wir jetzt gestern, also über 700 sogar schon. Super. Florian, vielen Dank für die Einschätzung. Gerne. Wir sind gespannt, was passiert. Und ich denke, wir werden uns in vielleicht zwei, drei Wochen wieder hier treffen und zum Thema nochmal reden. Sehr gerne. Super, danke dir. Danke, Jochen. Meine Damen und Herren, Florian Grummes von der Meiles Touch Consulting, der Geschäftsführer. Ja, Sie haben es gehört, Brexit, mache ich jetzt mal ein bisschen fest, hängt so ein bisschen das Wohl und Wehe der nächsten Wochen. Und ja, geht der Brexit durch, sprich, gehen die Engländer raus, Gold massiv höher, das mit Sicherheit. Aktienmärkte deutlich schwächer, speziell der DAX, aber auch der Euro deutlich schwächer. Auf der anderen Seite geht Brexit nicht durch. Wie immer, im Leben haben wir zwei Seiten der Medaille. Daher dürfte es genau das Gegenteil passieren. Gold könnte nochmal massiv korrigieren, vielleicht irgendwo Richtung 11,80, 11,40. Aber Florian ist nach wie vor trotzdem sehr positiv auf die Edelmetallmärkte an sich. Längerfristig bleibt er dabei, 1500 Dollar ist sein Kursziel. Ob das dieses Jahr oder das nächste Jahr geschieht, das sei mal dahingestellt. Wir sehen es genauso. In diesem Sinne, machen Sie es gut. Tschüss aus München. Tschüss. 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 Tschüss.